Warum mach ich hier so komisch hinten ummachen und so? Theoretisch kann ich sagen. Oh, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas. Okay. Wer, wenn du gerade ausgehst, jetzt links. Ja, rechts, ja. Nee, also da müsste die Tür sein. Oh mein Gott. Nee, was ist das? Schatz, nee, das läuft grad hier nicht. Ich mach mal einen guten zweiten. Das hat sich einfach auf die Ecke gelähmt. Oh, oh. Theoretisch Level of Radiation. Nee, aber das war nicht so. Ah, das hat man wieder aufgemacht. Was ist los? Wieso hat Tobi die Tür wieder aufgemacht? Das Vieh. Ja, was hast du für eine fette Lampe? Ja, Schatz. Guck mal geradeaus und links. Guck mal geradeaus. Da müsste doch ein Vieh sein. Oh Gott, da war noch was. Du bist so ein Arsch. Na, Tobi, du hast gar keine Hilfe, du bist Arschloch. Hä? Wieso geht jetzt die Tür nicht zu? Das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht... Passt auf, wenn er rechts von euch essen kriegt. Rechts von euch ist ein Vieh. Oder rechts von euch ist ein Vieh. Boah, Alter. Was war das? Ich seh nix. Ich hab's gesagt. Ich bekämpfe die ganze Zeit. Jetzt dreht der Vieh rein. Nur das vierte. Hä? Hast du mich weggezogen? Tobi? Weißt du, wo ich bin? Ja, ich seh wo du bist. Weißt du, wo ich hier wegkomme? Ich bin. Hat mich verlaufen. Du, also wie du wegkommst, kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß wo ein Schatz ist. Du kannst da rechts gehen. Jetzt gehst du rein und rechts. Nee, rechts von dir müsste gleich ein Schatz... Nee, nee, bleib stehen. Da, genau. Da, wo du wegkommst. Ja, genau, da. Okay. Hm? Ähm, jetzt bitte nicht rechts gehen. Da ist ein Vieh. Da ist ein Vieh. Ja, ich hab's gesehen. Okay, genau. Okay, okay, okay. Warte mal, wie kann ich dir denn jetzt helfen? Also Tobi, ich kann hier in den Abgrund springen. Dann wäre mir geholfen. Nee, 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 nee. Du machst das schon. Du machst das schon. Kann ich noch woanders hin als da rechts? Du kannst geradeaus gehen. Immer geradeaus, ja, ja, ja. Das Problem ist, wenn du weiter geradeaus gehst, komm, da kommt auch ein Vieh. Warte mal, jemand stimmt hier nach vorne, dass ich seh, was das für eine... Ist das Vieh rechts weg? Ja, das ist grad weg. Das ist grad eh schon. Ah, jetzt kommt's wieder weg. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ah, jetzt ist es wieder weg. Jetzt kommt ein anderes. Jetzt kommt ein anderes. Jetzt kommt ein anderes. Hallo, da. Oh, es kommt. Oh, es kommt. Oh, es kommt. Ich bin tot. Oh, es kommt. Es ist wieder weg. Nee, bist du nicht. Es ist weggegangen. Es ist weggegangen. Jetzt renn mal durch. Renn, 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 renn. Ja, meine Taschenlampe ist aus. Ich seh nichts. Ja, dann vertrau mir einfach. Geradeaus. Niemals. Ja, jetzt renn. Renn, 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 renn. Kann aus, kann aus, kann aus. Okay, äh, link. Nein, 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 nicht. Oh, ja, kann aus, kann aus, kann aus. Ja, nein, nicht. Kann aus, kann aus, kann aus. Links. Okay, da müsste eine Leiche liegen. Ach, warte. Ich weiß, du bist... Jetzt zurück, 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 zurück. Zurück, zurück. Dreh ich um. Dreh ich um. Okay, jetzt rechts. Dann gleich wieder links. Du bist rechts. Da kommt dir Fiech entgegen. Rechts. Nein, 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 nein. Nein, du Wälder. Was machst du? Du sagst, da kommt dir Fiech entgegen. Was soll ich denn... Tobi, ich seh nichts. Dann ist alles schwarz. Okay, okay, du gehst jetzt gerade aus. Ja, rechts. Geh einfach an der Wand in den... Falsche Wand, aber okay. Jetzt, rechts. Ja, rechts. Jetzt gehst du links um die Ecke. Links um die Ecke. Links um die Ecke. Ja, links, 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 links. Jetzt geh mal durch. Ja, 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 ja. Und dann... Müsst du doch gerade aus. Und dann rechts. Und dann wieder links. Und jetzt wieder links. Halleluja, ich bin draußen. Hallo. Ich kann jetzt mit dir nicht reden, wenn ich das Ding hier trage. Deshalb... Äh... Alles gut, du hörst mich, ja. Mert? Lebst du? Ja, ich lebe. Wie gesagt, ich kann mit dir nicht reden teilweise. Aber ich weiß halt... Es wird dunkel, ich find den Weg nicht mehr. Oh, Mert, da ist irgendwie ein riesiger roter Punkt, der da gerade bei dir war. Ja, ja, halt die Schnauze. Mert, legend, der rote Punkt kommt auf dich zu. Der ist legend fast bei dir. Der ist mit dem roten Punkt. Unter dir. Mert, unter dir. Mert, unter dir. Der rote Punkt ist immer noch hinter dir. Mert, Mert, der, der Punkt. Mert. Der Punkt kommt immer nicht. Mert, ich sehe nur dieses rote riesen Ding. Mert, ich weiß alles weg. Ich habe es weggeschmissen. Ich höre es, es ist so hart laut. Ich will mich nicht umdrehen, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Äh, geh mal nach rechts. Also, halt die mal ein bisschen. Okay, es hat umgedreht, es hat umgedreht. Jetzt bist du gleich bei mir. Ja, 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 da bin ich. Ja, ich habe auch, ich bin auch. Wie das hier? Was der fuck? Ja, wir sind in einer Bibliothek oder so. Oh, das ist eine neue Welt, die ich selber nicht kannte. Kannst du da geradeaus laufen? Also, wenn du wieder zurück gehst und dann nach links? Links? Nee. Wir gehen zurück. Dann wγοet ich zurück? Ja, ja, ja. Geradeaus. Kannst du da durch? Oh, ne, nicht da. Zurück! Und nach rechts! Rech! Nein! Oh, ja, und dann geh nach links! Ja! Und dann geh nach links. Nein! Nach links! Ich hab's gar nicht gesehen, ne? Ne, ich will da nicht so rein. Leo, hinter dir war auch noch was. Oder, wenn du gerade ausläufst. Ich hab deine Slots. Direkt neben dir. Nein, du bist dran vorbeigelaufen. Aber hier ist ja nix. Direkt hinter dir müsste was sein. Mach mal rechts klick. Ja, da, genau. Warte, warte, ja, lauf da, 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 lauf da. Geh nach links. Nein, 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 geh nach links. Geh gerade raus, geh gerade raus. Oh, was ist los? Geh mal nach rechts. Ich glaub, Mert wird gematscht. Ja, genau, da müsstest du vorne durchgehen, da ist noch ein Item. Da ist die fucking große Stimme. Rechts von Mert? Wirst du dann vorbeigelaufen, Mert? Ich glaub, Mert ist tot. Ich glaub, Mert ist tot. Ich glaub, Mert ist tot. Warum ist der tot? Du bist kein Monster gewesen. Da war ein Turid dann. Da war ein Turid dann. Da war ein Turid. Das hab ich nicht gesehen. Alter. Du hast ihn einfach gekauft. Scheiße. Tobi, du bist tot. Hä? Wieso? Bei dir? Komm nicht zum Hauptreger. 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 Geh da lang, geht da lang. Ich hab ein Entity noch gar nicht gesehen. Oh, ich hab mein Walkie Talkie nicht geladen. Ich muss mal wieder zurück. Oh, lol. Verschreck mich nicht. Ja, geiler. Geh raus. Geh weg. Ich muss mein Walkie Talkie laden. Ich geh ja schon. Ihhh, das ist Turid. Da rechts. Liebst du noch? Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Uhhh. Oh nein. 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 Geh raus, man. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Wir haben nur noch mal. Wir haben nur noch mal. Du dumm. Das ist krass. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Geh zurück. Schuhkid. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht spritten. Ich seh da eine sexy Fee bei mir drin. Na mir das. Oh fuck. Oh fuck, man. Oh fuck. Da ist was bei euch. Lauf das Geländer. Nein. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Oh du fiffst. Fiffst. Ähm. Oh man. Warum gehst du raus? Ich dachte irgendwie, vielleicht macht der nix oder so. Alles verloren. Wir müssen jetzt theoretisch 300 Credits in einer Runde schaffen. Das Vieh ist immer noch bei den Treppen. Ähm. Ich hab kein Licht mehr in der Taschenlampe. Ja, super. Ich geh mal zurück. Ich guck mal, wie es Leo geht. Vielleicht ist der mittlerweile auch da. Da sind so viele Runden neben dem. Ich weiß nicht, wie ich zu dir soll. An dem Schiff ist ein Hund und ein kleiner Hund oder sowas. Der Kleine, der macht mir nichts. Wenn der Hund zu dir kommt, dann mach dein Walkie Talkie aus und bewirb dich nicht. Ich weiß nicht, ob diese Springdinger böse sind. Diese Böse ist er mir attackiert. Okay. Ich hab meinen Bierkasten verloren. Ah, hi Matt. Hi. Hi. Wo bist du? Ach hi. Ich bin hinter der Bier. Da vorne ist ein Hund. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Haker ist mit dir passiert? Da kam Riesen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach geplatzt. Du fuck. Jetzt sehen wir nochmal, was passiert, wenn man das nicht schafft. Also unsere einzige Möglichkeit, jetzt noch irgendwas zu machen ist, alles zu verkaufen, was wir haben und einen zu opfern. Hey Tobi. Also ihr müsst einen von euch opfern da. Mona steht schon. Nein Mona, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Oh Gott, Mona, oh Gott. Nicht Ahnung. Nicht Ahnung. Nicht Ahnung. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Vielleicht wenn sie euch nehmt. Leo, pfiffi, geh in die! Was ist denn da. Die Uhr zurückgelassen. Au. Untertitelung des ZDF, 2020